Nein! Jetzt habe ich beide Sticks gedrückt. Ah Gott, das tut... Also das tut wirklich gerade weh, dass ich das nicht schaffe. So, auf geht's, komm. Meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Brothers A Tale of Two Sons. Zweiter Part. Es ist Donnerstag und da hinten ist eine schaukelnde Omi. Okay, das ist kein Problem. Okay, gucken wir einfach mal, wie es mit ihr so läuft. Ich habe im ersten Part ja öfter schon gesagt, dass die Grafik unfassbar gut ist. Dass mir das Spiel sehr, sehr gut gefällt. Dieses Detail hier neben schon wieder. Ja, wir können mit allem soweitgehend interagieren. Das ist so cool. Es wird rangezoomt. Er ist hier auch noch... Hier, du kannst auch noch mal kicken. Jo, wundervoll. Und wir können mit... Können wir mit dir reden? Ja, tatsächlich. Alles klar. Dankeschön. Das ist super, super lieb von dir. Können wir auch mit dir nochmal... Ah, bap, bap, bap. Tatsächlich. Oh, come on. Wir schaukeln die an. Das ist schon cool. So, was machst du? Oh, Basketball. Hey, wie schaut's aus? Das kenne ich auch. Oh, come on. Nein. Du darfst hier. Bitteschön. Oh. Und. Bam. Ja, ja, warte. Ah. Komm, wer fährt? Mann. Triffst du oder triffst du nicht? He, he, he. So, komm. Jetzt machen wir aber einen Korb. Komm, von da hinten. Von hier, oder? Wir gehen mal weiter. Gehen wir hier hoch. Und gucken uns den Spaß mal an. Können wir mit dir auch nochmal reden? Hi. Ach, guck mal. Der hilft sogar. Gut erzogene Jungs hier. Gut erzogene Jungs. Hat zwar nicht so viel geholfen. Kann ich auch was machen? Du willst auch? Oh, wow. Okay. Sehr, sehr cool. Okay, den Brunnen. Wieder ein Brunnen hier. Ah, Digga, das ist widerlich. Wart mal, kann ich hier vielleicht das Ding? Hier an dem Ding hier? Nö. Wart mal, was ist denn? Was ist denn hier oben? Können wir da hoch? Jetzt mal ehrlich. Tatsächlich, wir können da klopfen. Okay. Das ist mir neu. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Originalteil auch ging. Es ist wie gesagt super, super lange her. Ähm, guckt euch das Let's Play sehr gerne mal von mir an. Ich werde es auf jeden Fall in die Kommentare, äh Quatsch, in die Kommentare, doch, ich werde es in die Kommentare packen. Und ich werde es in die Videobeschreibung nochmal packen, den Link zur Playlist. Wie gesagt, das ist, ich weiß es jetzt wirklich nicht aus dem Stehgreif. Müsste ungefähr acht Jahre her sein oder so, da ich das damals Let's Played habe. Da habe ich es auch komplett durchgespielt. Also, waren auch echt nicht viele Parts. Also, es ging schnell. Aber manchmal muss auch ein Spiel definitiv nicht so lange gehen, um einfach gut zu sein. Und das war eines von den Spielen tatsächlich. So. Mit dir haben wir jetzt... Das ist so schön hier. Wirklich. Ich gehe extra diesen Weg hier lang, um einfach alles mitzunehmen. Oh, hier ist Sonnenstrahlen. Oh, guckt euch das an. Okay, dann können wir wieder zurück. Beziehungsweise nicht zurück, ich meinte mit der Kamera zurück. Und es ist doch, wie gesagt, mit den beiden ein bisschen gleichzeitig laufen, ist schwierig. Es ist doch teilweise ein bisschen schwierig, aber nicht unschaffbar. So, dann können wir beide doch mit euch laufen. So. Hi. Du trittst ihm bestimmt in den Arsch richtig. Althai, ich wunst's. So, können wir mit dir reden. Wir sind hier, wir sind der Erwachsene natürlich. Wir sind der Erwachsene, Bruder. Ja, okay, der guckt wieder hier rein. Du rotzt jetzt nicht wieder in diesen Busch. Achso, wir können... Ah, wir müssen das Tor beide drücken. Okay, ist kein Problem. Was haben wir hier? Ja, ja, alles gut. Okay, cool. Das ist wunderschön, wirklich. Wo gehen wir denn... Gehen wir mal da oben? Da kommen wir bestimmt nicht... Das sieht nach so einer Troll-Dings aus. Da kommen wir da doch rüber. Tatsächlich, doch, wir kommen hier einfach rüber. Okay, dann gehen wir doch aber erstmal da runter. Ich will wissen, was da unten ist. Bin ich ganz ehrlich. So. Hi. Na du? Oh, ne Harfe. Ach, come on. Man kann halt nicht alles können. Was mit dir? Sehr gut. Hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, was gibt's hier? Ach, wir könnten wahrscheinlich bei beidem lang, gellä? Was gibt's hier unten? Hier gibt's nichts mehr, ne? Gehst du da durch? Tatsächlich, da geht er durch. Ich find's sehr schön, dass man die Kamera drehen kann. Das ist ultra, ultra, ultra praktisch. So, das war die Brücke. Was mit dir? Na ja. Was sollst du das nicht trinken, Junge? Meine Güte. Wirklich, dein Ernst? Ja, komm, gib ihm das wieder. Okay, ich glaub, der lässt uns hier nicht durch. Hier, Junge. Lässt du uns durch? Ich glaub, das können wir vergessen. Da kommen wir nicht durch. Da müssen wir hier lang. Durch den... Oh, wir müssen durch den Wald. Okay. Okay, das sieht alles noch sehr, sehr märchenhaft aus. Die Musik hört auf. Musik hört auf. Eichhörnchen. Süß. Ah, alles klar. Oh. Alter, was ist das für ein... Okay, ist kein Problem. Ich glaub, der... Okay, was hast du mit uns vor? Wo ist denn... Unser anderer? Warte mal, kann jetzt einer da vielleicht weg? Geht das so? Ja, das funktioniert so. Boah. Boah. Alter, was? Okay, das ist kein Problem. Dann gehen wir doch mal mit dem schnell da hoch. Oh, oh. Ach, scheiße. Alter, was geht? Okay, das ist ja scheiße. So, du lenkst hier ab. Du gehst hier lang. So, dann komm ich nämlich hier hoch. Ja, grad so. Ich kann doch bestimmt auch hier lang, ne? Ja. Oh, wow. Also, dass ich an der Stelle jetzt hier hänge, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber ist okay. Gehen wir mal hier fix lang. Komm, lass ihn... Ja, lass ihn hüpfen. Wow, Digga. Das war... Okay, blöd. Ah, alles klar. Ich verstehe. Komm hoch. Nein. Warte, ich muss die Kamera drehen. Ich muss die Kamera drehen. Scheiße. Das kann nicht mal so leicht hier gerade. Nein. Nein. So eine Scheiße. So ein Dreck. Das kann doch nicht sein, dass ich das hier nicht hinkriege gerade. Das wäre als Dark Souls oder was? Wenn ich jetzt hier diesen mache? Na ja, komm. Alter, dein Ernst? Nein! Jetzt habe ich beide Sticks gedrückt. Ah, Gott. Das tut... Also, das tut wirklich gerade weh, dass ich das nicht schaffe. Ähm. So. Auf geht's. Komm. Auf geht's. Auf geht's. Hey. Also, das ist gerade wirklich irgendwie weitaus schwieriger als gedacht. So, der hüpft jetzt hier lang. Genau. So, wenn ich jetzt hier diesen mache? Ah ja, okay. Weißt du was? Dann scheiß drauf. Dann machen wir es einfach mit ihm. Komm her. Ha, 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 ha. So, du bleibst hier bei mir, ja? Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Wenn ich jetzt hier direkt gehe... Ne, macht er nicht. Okay. Aber vielleicht kann ich den Vorsprung hier nutzen. Ja, das funktioniert doch. Sehr gut. Dann schaffen wir das doch hier auch. Komm her. Ja, genau, dahin. Ja, wunderbar. So, und jetzt? Ah ja, okay. Ich verstehe. Komm her. So. Dann. Da müssen wir aufpassen. Genau. Hier lang. Ach, der hat jetzt auch zwischengespeichert. Das ist natürlich sehr gut. Ha, ha, ha. Du kleiner Sackhund. Ha, ha, ha. Nichts gibt's. So, okay. Jetzt ist es doch, jetzt doch einfach. Müssen wir einfach nur laufen, gell? Beziehungsweise. Ja, das passt doch. Na, komm her. Oh, das ist gar nicht mehr... Das ist jetzt blöd. Aber wenn wir jetzt hier ihn rüberlocken, dann hat er ja voll die weite Strecke, ne? Ja, das müsste eigentlich gehen. Perfekt. Nein. Ey. Komm, geh rüber. Geh rüber. Oh, das war zu weit. Warte mal, kann ich auch da runter? Jetzt ist... Komm her. Das müssen wir jetzt aber schaffen. Ja. Oh, das ist jetzt natürlich doof ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Das schaffen wir aber. Und jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Ha, ha, ha. Kleiner Sack. Es war schwerer, als ich dachte tatsächlich. Es ist mir auch ein bisschen peinlich, als ich es nicht hingekriegt habe. Aber es war schon Timing-technisch. Nicht so schön, nicht so leicht. Ja. Kann man sagen, dass es wunderschön aussieht? Ja, kann man sagen. So, dann können wir doch... Ah, warte, lasst mal ganz kurz genau. So ist... Ansonsten verknotet sich mein Kopf schon wieder. Wirklich. So, ich will mir doch gleichzeitig hoch. Ja, kommt. Stört euch nicht dabei. Hoch geht's. Alter, es ist so ein schönes, schönes, schönes Spiel. Verdammte Axt. Wunderschön. Und beide rüber, oder? Ja! Schönes Ding. Und hier machen wir wieder eine Räuber, leider. Und du hilfst ihm. Da. Junge, hier dran. Ist doch nicht so schwer. Und dann jetzt hier wieder... Moment. Äh. Achso. Okay, das ist... Äh, ja. Kriegen wir. Und hoch. Ah! Warte mal, diese... Ich glaub, ich hab... Ich pack hab Papageien. Ich glaub, ich hab's verkackt. Ich hab die Papageien nicht aktiviert, weil ich glaube, es gibt einen Erfolg, wenn man alle Papageien... äh, Papageien... 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 äh, antippt. Und wir haben jetzt leider nur einen. Yay! Sehr gut. Haben wir geschafft. Ich glaub, wir haben einen verpasst. Ich glaub, der war eben rot. Den wir verpasst haben. Aber... Ja, ist schon okay. Warte mal, was ist hier? Warte mal, kann er hier rein? Dann geht doch die Brücke bestimmt runter, gell? Ach so, haha. Ah! Doch, tatsächlich. Bleibt die dann unten, oder... Nee? So, was ist mit euch? Okay. Wo soll ich euch denn hinpacken? Soll ich euch da reinpacken? Warte mal. Komm mal hierher. Kann das sein, dass wir hier einen Auftrag haben? Ach, hier. Moinsen. Es geht. Ah ja. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aber was ist mit den Schafen? Oder kann ich hier ein Schaf reinsetzen? Kann ich dich hier reinsetzen? Hä? Tatsächlich. Oh ja, hier. Siehst du mal. So, geht's auch. Ja, ja, alles gut. Lass mal hier gucken, was dann noch so... Und was hier unten noch ist. Was ist hier? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Aber wir gehen mal da runter. Hoppett, hier ist es. Hey, bleib hier. Was? Einfach, ich nehm den Hopprasen einfach hier in der Hand, okay? Kann ich dich... Ach, egal. Keine Ahnung, wofür das hier ist. Aber... Wer weiß. Ähm... Kann ich hier rüber... Alter, das ist... Das ist schon... Okay. Also. War das vielleicht eine Quest, die wir noch machen müssen? Mit den Schafen? Mit den Dings? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Was ist das hier? Ja. Mein Kopf hat sich verknotet. Moment. Jetzt geht's wieder. Ihr meint, das ist nicht böse. Das ist wirklich so. Ohne Scheiß. Ähm. Und dann geht's hier wieder runter, ne? Ah ja. Das ist immer so ein... Oh. Oh krass, wie hoch wir sind jetzt. Können wir hier runter? Ne, wir können hier hoch. Ich hab hier keinen... Okay. Was ist... Ah, hier... Ah! Ah, das ist klar. Okay. Oh ja, jetzt nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das wäre nicht so geil gerade. Okay, du schaffst das. Du schaffst... Oh. Anstrengend. Aber könnte hinhauen. Ja, das haut hin. Alter, krass. Okay, was macht hier für Geräusche? Da schnarcht was. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ein Pilztroll. Oh, der ist hoffentlich gut. Nicht böse. Oh, come on. Guck doch mal, wie goldig der ist. Wir sind nett. Wir sind nicht... Wir sind nicht böse. Wir sind nicht böse. Hey! Okay. Stark. Maru? Wenn du dich da... Okay, du hilfst uns? So. Da, ja. Es gab, was mir gerade einfällt. Es gab, beim ersten Teil gab es einen Bug. Da musste man zum Glück nur neu laden. Ähm. Ja, da gab es, da gab es wie gesagt einen Bug. Ähm. Auch mit Trollen zusammenhängend. Da komme ich bestimmt nochmal drauf zurück, wenn es soweit ist. Ähm. Was sollen wir denn machen? Sollen wir hier durch? Okay. Ja, lass mich mal. Okay, das funktioniert nicht. Was sollen wir hier tun? Hilft der uns jetzt? Oder... Was geht hier? Hilfst du uns? Ah ja. Okay. Ach du Scheiße. Okay. 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 Danke. Super. Danke Troll. Oh, eine Bank zum Sitzen. Kann man nämlich immer schön... Alter, guckt euch das an. Das ist so verrückt, wie schön das einfach aussieht. Das ist wirklich unfucking fassbar verrückt. So ein gutes, schönes Game. Ach du hilfst uns nochmal. Ach krass. Ach krass. Alles klar. Okay, ich verstehe. Was hat dich... Ich hab das... Wie gesagt, das ist ewig lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Sehr, sehr, sehr lange her. Dementsprechend kann ich mich auch nicht mehr an so viel erinnern. Moment, ich muss... Kopf ist verknotet schon wieder. Ganz schlimm. Das... Oh, oh. Okay. Zurück wird es jetzt hier nicht mehr gehen. Können wir uns da draufsetzen? Oder noch... Willst du uns nochmal helfen? Tatsächlich. Das ist ja superlieb. Was hast du vor? Ja. Ach so. Ach lustig. Der hat uns gezeigt, dass er da hin will. Alles klar. Ist kein Problem. Dann... Mach das. Okay. Was... Was hast du vor? Ah. Hä? Ah. Das ist ja superlieb von dir. Vielen, vielen Dank. Cool. Das ist ja echt lieb. Der Kopf ist schon wieder verknotet. Mann. Ich muss die wirklich immer nach links und rechts bringen, gille. Ich krieg das sonst nicht. Ich krieg das sonst in meinen Schädel nicht rein. Das meine ich halt echt nicht böse. Ich krieg's nicht geschissen. Das ist einfach so mein Kopf. Nö. Hab keinen Bock da drauf. Nö, nö. Ah. Wie kommen wir da hoch? Ah. Alles klar. So. Ich glaube, der Troll hilft uns nochmal. Kann das sein? Ähm. War ich zu schnell? War ich zu... Oh ja. Tatsächlich. Guck mal. Der kommt da tatsächlich hoch. Lustig. Lustig. Das ist so cool gemacht. Vielen, vielen Dank, lieber Troll. Sehr cool. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ehrlich. Krass. Weil du hast ja eine coole Aktion auch. So, dann hoch mit dir. Was ist mit dir? Willst du nicht hoch? Doch, jetzt. So. Dann jetzt hier runter? Nee. Wo müssen wir hin? Ach, du schmeißt uns wieder hoch? Oder was hast du vor? Okay, wir gehen mal hier zur Seite. Okay, komm. Okay, kein Problem. Komm, du auch? Schönes Ding. Und dann weiter geht's. Das ist schon cool. Ach, der... Alter, der hilft uns nochmal. Bäh. Ach so, ich hab... Na komm. Er zuerst. Dann gehen wir mit ihm hoch. Weil ich glaub, das war jetzt gerade... Hä? Ja. Das passt. So. Und... Äh. Haben wir's jetzt gleich? Gleich haben wir's doch, oder? Können wir hier hoch? Ja. Tatsächlich können wir hier hochklettern. Und hier wieder weiterklettern. Cool. Geht doch. Sehr hilfsbereit, der Troll. Sehr, sehr hilfsbereit. Und finde ich okay. Das ist wirklich gut. Komm. Komm mit dir. Es geht hier noch weiter. Es geht hier noch weiter. Okay. 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 Ich bin... Ich bin guter Dinge. Ich hab... Äh... Ich bin... Guter Dinge. Ich hab Bock. So. Und jetzt? Okay. Ach, jetzt hilft er uns bei... Ah! Alles klar. Was? Moment mal. Der hilft uns hochzuklettern und bringt uns dann runter, oder was? Okay. Oh. Oh. Was für eine. Ist das ein Schatz da hinten? Ich glaub, das ist ein Schatz, ne? Okay. Aber meine lieben Zugucker, dann mach ich jetzt hier einen Schnitt und, ähm... Ich guck mal, ob ich das Spiel weiterspiele. Hab ich aber eigentlich schon richtig Bock drauf. Ohne Scheiß. Also wenn ihr das alte... Äh... Brothers A Tale of Two Sons sehen wollt. Das auf der 360 damals, was ich Let's Played hab. Guckt's euch gerne an. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung und ich packe's auch nochmal in die Kommentare. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und... Passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein. Ciao.